Musik Moin moin Freunde und recht herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS19 Walchen 2020 Projekt. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Ja, heute haben wir natürlich wieder eine ganz andere Mission auf dem Zettel, denn wir müssen eben den Anhänger hier mal irgendwie loswerden, denn die Felder schreien und wir müssen die Felder anpflanzen. Deswegen müssen wir mal kurzzeitig diesen Anhänger, am besten lassen wir den hier kurz stehen. Und Zapfwelle abbauen. Okay, perfekt. Und dann holen wir uns die Sämaschine. Die hatten wir doch irgendwo... Ach, da oben haben wir die hingestellt, ne? Stimmt, da oben hatten wir die abgestellt. Ja, ich wünsche euch natürlich einen schönen Sonntag, denn das ist die Sonntagsausgabe. Genießt nochmal ordentlich das Wochenende. Und natürlich gilt auch wie immer, wenn dir das Ganze hier gefällt, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, da würde ich mich sehr drüber freuen. Aber erstmal müssen wir jetzt hier anpflanzen, ey. Und das wird wild. So, hier haben wir jetzt Gras drin gehabt. Oh, das war genau der richtige Lull. So, erstmal wieder aufladen hier, scheiße. Ähm, wobei wir können erstmal, äh, können wir gleich... Ich muss, warte mal, muss ich doch da hinfahren. Wir können gleich nochmal kurz was anderes machen, denn ich habe mir überlegt... Ähm, ich habe mir überlegt, ähm, noch ein paar Kühe dazu zu holen. Ähm, denn wir haben ja jetzt das Glück, dass wir... Okay, Bruder, macht gar nichts. Äh, denn wir haben ja jetzt das Glück, dass wir, ähm... Ähm, dass wir, äh, die Futtermischmaschine da haben. Und demnach können wir da natürlich loslegen. Jetzt müssen wir hier erstmal gucken, was wir hier überhaupt anpflanzen. Wir brauchen... Eigentlich brauchen wir... Irgendwas mit Stroh, wäre halt ganz geil, oder? Weil ich könnte mir vorstellen, Stroh brauchen wir im Moment am meisten. Andererseits könnten wir aber auch... Lass mal Gerste pflanzen, oder? Ich weiß gar nicht, was wir auf den anderen Feldern aktuell haben. Ich habe überhaupt, überhaupt völlig den Überblick verloren. Das Feld ist doch aber abgeerntet hier, oder nicht? Warte mal kurz. Ne, im Wachstum, im Wachstum. Okay, sehr gut. Das ist im Wachstum. Und da ist Weizen drauf. Dann packen wir da Gerste drauf. Auf das Feld hier. Wunderbar. Lass uns, lass uns das machen. Wir haben natürlich auch vorne, da hinten, die anderen beiden Felder. Die Felder... Oh Gott, ich kann das gar nicht lesen hier. Wo sind wir denn überhaupt? Wir sind, äh... Da. Feld, äh... 39... Ne, 44 und 37... Äh, 37. Da müsste, ähm... Und da müssten wir natürlich auch anpflanzen. Da haben wir ja die letzten Folgen, äh, Gülle draufgebracht. Ist zwar auch schon ein paar Tage her, aber da haben wir die Gülle draufgebracht. Das heißt, äh... Ne, die sehen ja auch so ein bisschen schmierig aus da. Ähm... Das heißt, da müssen wir natürlich... Oh Gott, auch, äh... Auch Gas geben. Und, äh... Damit die Gülle nicht gleich verdunstet, wisst ihr? Damit die Gülle nicht gleich verdunstet, müssen wir da natürlich auch nochmal drauf. So, hier sind die Kartoffeln am Start. Da drü... Da... Oh, da wachsen sie gerade. Guck, guck an, guck an. Aber wir können die Uhr auch nochmal wieder auf 5 drehen hier. So, erstmal wieder runter damit. Und dann geht das Ganze hier seinen Weg. Wunderbar. Ich finde das, ich finde das immer nice. Also, anpflanzen ist jetzt nicht so meine Lieblingsaufgabe, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich glaube, danach haben wir hier auch ordentlich was zu tun. Ähm... Zumindest, äh, ja... Tiere müssen gefüttert werden. Da muss ich gleich nochmal nachgucken. Wir wollen natürlich auch noch ein paar neue Tiere haben. Wir müssen noch die Mulde aus dem Wald holen. Da ist natürlich noch, ähm... Da ist ja auch noch... Äh, sind noch Hackschnitzel drin. Die müssen wir noch auskippen. Das können wir hier vorne direkt machen. Ich habe mir auch überlegt, die, äh... Kartoffelwaschanlage, die wir da rechts stehen haben. Äh, ob wir die verkaufen sollen, um die nochmal neu zu platzieren. Damit sie ein bisschen gerader, äh, gesetzt ist. All solche Sachen stehen hier, stehen hier natürlich an. Und all solche Sachen haben wir hier auf dem Zettel, Freunde. Also ihr merkt, da geht einiges aktuell. Ähm... Aber wir können natürlich nur eins nach dem anderen machen. Und jetzt heißt es natürlich auch erstmal hier, äh... Feld anpflanzen. Das müssen wir erstmal machen, damit hier die Felder dann auch wieder wachsen können. Genau, wir haben jetzt da oben die zwei Felder mit Gras gepflanzt. Wir haben Kartoffeln ausgesät und, äh... Ja, Gerste und Weizen. Dann werde ich gleich die nächsten, werde ich dann mit Raps und Zuckerrüben, denke ich mal, wieder versehen. Müssen wir gleich mal gucken. So, jetzt mal wieder runter. Das Gute ist ja, wir haben eine vernünftige Arbeitsbreite, ne? Das ist, das ist immer viel, viel wert. Damit können wir dann natürlich auch relativ schnell oder relativ fix hier die Felder bepflanzen. Aber ich muss auch sagen, wir haben aktuell sehr, sehr viele Felder, ne? Wir haben aktuell sehr, sehr viele Felder. Das hatte ich ja eigentlich dafür gemacht, dass wenn wir auf die Felder warten müssen, dass wir parallel zwar noch was anderes, andere Felder haben, die wir bewirtschaften können. Aber aktuell ist es halt echt so, dass wir ja alle Felder ungefähr zur selben Zeit ja anpflanzen, weil ja halt der Winter war. Und nun müssen wir natürlich auch wieder auf die Felder warten. Zudem haben wir hier noch die Kühe. Oh, da muss ich sowieso mal rüber. Warte mal, das machen wir gleich mal, nachdem wir das Feld hier fertig haben, gehen wir mal schnell zu den Kühen. Ich glaube, das kriegen wir hier relativ schnell von der Hand. Und was wir hier angepflanzt bekommen, das wäre nämlich richtig gut. Ja, somit haben wir hier echt eine Menge, Menge zu tun. Also das hätte ich nicht gedacht, obwohl wir mit dem Seasons-Mod spielen, der ja doch einiges verlangsamt. Und trotzdem haben wir allerhand voll zu tun. Und ihr habt es vielleicht auch gesehen, auch das Ellengrad-Projekt spielen wir jetzt mit dem Seasons-Mod. Was ich tatsächlich ganz geil finde. Denn der Seasons-Mod, der bringt schon einige Vorteile, sag ich mal, mit sich. Allerdings muss man da natürlich auch erstmal wieder einen Anfang bekommen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass gleich alles funktioniert. Wir haben jetzt ja beispielsweise Probleme, dass ja halt das Gras erstmal wachsen muss. Und all solche Sachen. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch einiges, was auch gemacht werden muss. Oder worauf wir warten müssen. So sieht das Ganze nämlich aus. So. So, drehen wir wieder rum hier. Können wir aber hier die Außenbahn hier fahren. So, dann pflanzen wir hier fleißig Gerste. Dann haben wir da hinten Weizen. Ja, dann haben wir auf jeden Fall überall etwas. Müssen natürlich auch nochmal den Hof wieder aufräumen. Hier stehen jetzt überall die Maschinen kreuz und quer rum. Aber wir haben jetzt noch nicht die Zeit gefunden, die halt wieder an die Platzorte zu platzieren, wo sie eigentlich hin sollen. Aber das kriegen wir schon auch irgendwann hin. Erstmal ist es wichtig, dass hier die Felder wieder am Start sind. Ganz, ganz wichtig, damit wir auch wieder ernten können. Wir brauchen ja auch wieder die Erntezeit. So. Erstmal wieder ein bisschen was trinken für den Hals hier. Nützt uns alles nichts, Freunde. Aber das mache ich natürlich alles der Community zuliebe, Freunde. Ich hoffe, ihr wisst, ihr wisst das zu schätzen, Kappi. Auch wenn man mal erkältet ist, kann man trotzdem ein bisschen aufnehmen, ne? Muss sein, muss sein. Wir wollen die Ziele ja dieses Jahr noch knacken. Und ich glaube, das könnten wir schaffen. Aber dafür brauche ich natürlich eure Hilfe und eure Unterstützung. Deswegen schaut die Videos bitte immer bis ganz zum Schluss. Und seid mit am Start. Das wäre natürlich richtig, richtig cool. Und ja, vielleicht habt ihr auch Bock, euren Freunden davon zu berichten und Bescheid zu geben. Das wäre natürlich noch viel geiler. So, jetzt gucken wir mal. Ja, da kommen wir auch nicht richtig vorwärts mit. Wo ist denn unser... Ach, der ist hier noch. Ei, 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 okay. Den Fendt haben wir hier noch. Ja, gut, dann fahren wir mit dem mal wieder zum Hof. Fahren wir mit dem mal wieder zum Hof zurück. Und hängen mal den Futtermischwagen an, dass wir den zumindest mal leer bekommen. Dann können wir den nämlich wieder zurückgeben. Das wäre doch auch eine gute Idee, ne? Aber ich muss hier auch nochmal so ein Multisilo platzieren, glaube ich. Weil dieses Hofsilo gefällt mir nicht. Da kommt man auch so schwer ran. Das ist eine grande Katastrophe. Achso, hier erstmal senken. Ja, genau, auf die Schaufel natürlich drauf. Ja, mal. So, passt aber... Passt aber trotzdem. So, erstmal das ab, dann das ab, dann das ab. Und dann müssen wir mal gucken, wie viel da noch überhaupt drin ist in der Maschine. Oh, stopp. Ich glaube, so viel kann hier gar nicht mehr drin sein. Im Futtermischwagen. Oh, 62% halt noch, ne? Oh, schwebende Kühe. Lul. Schwebende Kühe. Ja, moin, Bruder, muss los. Ähm. Ja, dann packen wir hier nochmal was rein. Okay. Und ich würde sagen, in dem gleichen Atemzug füllen wir natürlich auch nochmal das Wasser nach. Machen wir hier nochmal den Hahn auf. Dann sieht das hier ja schon wieder ganz gut aus. Oh, wir brauchen unbedingt Toy, Freunde. Wir brauchen unbedingt Toy. Aber erstmal würde ich ganz gerne noch ein paar Kühe kaufen. Ja, und zwar haben wir ja die, äh, Holsteiner Kühe. Das sind die Weibchen. Und die, äh, Limousinen. Äh, Kühe. Das sind die Mädchen. Das heißt, wir nehmen hier auf jeden Fall noch, äh, die Männer. Ja, äh, das heißt, wir nehmen jetzt auf jeden Fall nochmal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Weibchen. Und, äh, eins, zwei, drei, vier, fünf. So, machen wir so, oder? Dann haben wir nämlich 30 Kühe. Und, oh, dann können wir nämlich, wenn wir nämlich hier gleich weitermachen. Schwede, ey. So, das haben die. Dann brauchen wir mal Wasser hier vorne wieder. Water, water, water. Ah, so haben wir jetzt hier aber auch ein paar, ein paar Kühe mehr, ne? Das finde ich nice. Fällt mir. Guck mal, hier laufen sie schön mit Auswiese. Oha. Hier sind aber auch ein paar. Hahaha. Langsam stapeln die sich ja hier schon. Alter Schwede. Und hier drin, huch. Und hier drin. Oh. Hallo? Gehst du mal mit deinem Arsch aus meinem Blickfeld, oder was? So, hier, ja, hier geht's eigentlich. Ja, prinzipiell ganz nice. Wie viel Milch haben wir? 3000, 3000 Liter Milch. Das ist auch sehr gut. Ah, Silage kann ich hier auch rein, reinhauen, sehe ich gerade. Also Heu oder Silage. Ähm, da würde ich aber tatsächlich dazu tendieren, eher, noch mal ein paar Heuballen zu kaufen. Ja, kaufen wir acht Stück. Dann nehmen wir da noch mal ein paar Heuballen mit. Ähm, da vorne steht ja auch unser Johnny, ne? Dann müssen wir noch mal kurz die Zehmaschine abkuppeln. Nehmen wir uns den Plattformtrailer. Ach, da drüben steht der und fahren noch mal schnell zum, zum Shop. Und holen uns dann noch mal ein paar Heuballen ab. Stimmt, das ist mir gar nicht eingefallen. Wir können ja, Heu können wir ja zum Glück auch, äh, auch kaufen, ne? Aber wofür brauchte ich denn Gras? Ach, da unten. Aber Gras ist ja alles noch im grünen Bereich aktuell. Naja, schauen wir mal. Jetzt fahren wir erst mal, fahren wir erst mal schnell da rüber. Sauber machen müssen wir die Maschinen natürlich auch noch mal irgendwie wieder. Aber erst mal fahren wir jetzt fröhlich zum Shop. Ja, somit haben wir natürlich auch 30 Kühe jetzt am Start. Das finde ich sehr nice. Also ich glaube, so langsam wird das hier auch vorwärts gehen. Ähm, wir können dann noch, äh, bald auch die erste Milch verkaufen. Äh, da warte ich halt noch ein bisschen bis, äh, hoch der Preis, äh, nach oben geht. Aber ansonsten sind wir schon sehr gut am Start hier, Freunde. Und ich würde sagen, das sollte es tatsächlich auch wieder gewesen sein für die heutige Folge. Mensch, das geht immer so fix. So langsam haben wir hier auch so viel immer zu tun, dass das echt immer so schnell geht. Ähm, wenn euch das aber gefallen hat, also wenn dir das gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr drüber freuen und schalte auch gerne in der nächsten Folge wieder ein, wenn es hier weitergeht im LS19-Weichenprojekt. Ich gehe jetzt hier schnell die Ballen holen und, äh, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Dabeisein, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.